Liebe Geschwister in der Schweiz, ganz herzlich grüßen wir euch aus Wien. Regina und ich wären viel lieber vor Ort bei euch, aber wie ihr wisst, geht es leider nicht. Und deshalb müsst ihr mit einem Online-Gruß von uns vorlieb nehmen. Danke an dieser Stelle einmal für die langjährige Verbundenheit eurer Gemeinde mit uns. Viel finanzielle Unterstützung ist in diesen Jahren geflossen und unzählige Gebete für uns haben den Thron des himmlischen Vaters erreicht. Ihr habt unmittelbaren Anteil an dem, was hier bei uns geschieht. Wir werden es so halten, dass ihr zuerst einen Gruß von Regina hören werdet, in Form eines Gedichtes, das ich verlesen werde. Und danach kommt die Predigt aus 2. Thessalonicher 2, 13 bis 17. Bereits vor Ort bei euch befindet sich eine Liste mit Gebetsanliegen. Ich werde sie dann später in einem zweiten Video euch noch ein bisschen erklären und danke euch jetzt schon für euer Gebet diesbezüglich. Ja, also jetzt kommt das versprochene Gedicht, der Gruß von der Regina. Vor einem Jahr, das ist bekannt, waren wir zuletzt in eurem Land. Schon damals drohte Ungemach, Coronavirus hielt uns wach. Hätte man uns damals schon gesagt, dass uns noch heute das Virus plagt, da hätten wir wohl protestiert und es nicht wirklich akzeptiert. Nun kommen wir per Video und hoffen, es genügt euch so. Auch Wien liegt im Corona-Schlaf und diese Tatsache betraf am Sonntag das Zusammenkommen. Der Gottesdienst war uns genommen. Das nahm manch Wind uns aus den Segeln. Doch konnten alle diese Regeln unsere Gemeinde nicht zerstören. Da sind wir dankbar und wir hören, dass es bei euch genauso sei. Denn unser Herr, der blieb uns treu. Das Internet hat er verwendet. Gar vieles wurde ausgesendet. Und manche haben noch erlernt, wovon sie früher weit entfernt. Uns Hartas ist recht gut ergangen. Bis jetzt kein Virus aufgefangen. An Leib und Seel uns nichts geschah und der Zusammenhalt war da. So hoffen wir auf bessere Zeiten, die mög der Heiland uns bereiten. Dann sind wir auch 2022 beim Reisedienst wieder dabei. Soweit der Gruß von Regina für euch. Jetzt möchte ich uns den Predigtext lesen aus 2. Thessalonicher 2, Verse 13 bis 17. Ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung. Für euch hingegen, vom Herrn geliebte Geschwister, können wir Gott immer nur danken. Denn ihr gehört zu den Erstgeborenen seiner neuen Schöpfung. Er hat euch dazu erwählt, durch das heiligende Wirken seines Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. Das ist es, wozu er euch durch das Evangelium berufen hat, das wir verkünden. Er hat euch dazu berufen, an der Herrlichkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, teilzuhaben. Daher, liebe Geschwister, bleibt standhaft und haltet an den Lehren fest, die wir an euch weitergegeben und in denen wir euch unterrichtet haben, sei es mündlich oder brieflich. Wir bitten unseren Herrn, Jesus Christus und Gott, unseren Vater, der uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade eine nie versiegende Ermutigung und eine sichere Hoffnung geschenkt hat, euch in eurem Innersten zu ermutigen und euch die nötige Kraft für jede gute Tat und jedes gute Wort zu geben. Soweit unser Text für heute. Ein paar kurze Verse, sie stehen im bewussten Gegensatz zu dem, was unmittelbar vorher steht in Kapitel 2, 1 bis 12, wo es sehr viel um Menschen geht, die nichts Gutes im Sinn haben, die auch eine Bedrohung für die Gemeinde sind. Und da fängt Paulus an, einen Gegensatz zu konstruieren und zu sagen, für euch hingegen ist das alles anders. Es sind auch überleitende Verse zu Kapitel 3 und es endet unser Abschnitt erneut mit einem Gebet, wie wir es auch am Ende von Kapitel 1 im 2. Thessalonicher 2 gehabt haben. Im Vers 13 bezeugt Paulus eine andauernde Dankbarkeit für die Gemeinde in Thessalonich. Der Grund dafür ist, dass sie Teil von Gottes neuer Schöpfung sind. Als Erstgeborene sind sie der allererste Anfang dieser neuen Schöpfung. Die Schrift lehrt, dass dieses Universum einmal vergehen wird. Und vielleicht können wir uns das besser vorstellen in diesen Corona-Zeiten, wo alles ein bisschen anders ist, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn diese Schöpfung einmal vergehen wird und dass Gott eine völlig neue Schöpfung ins Leben rufen wird. Aber der gewaltige Gedanke, der Paulus hier bewegt, ist der, dass alle, die durch den Glauben an Christus als ihren Erlöser von Neuem geboren worden sind, schon jetzt Teil dieser neuen Schöpfung sind. Du und ich und wir alle, die wir an Christus glauben, wir sind in gewisser Weise das Pfand für das, was kommen wird. Die Thessalonicher, genauso wie wir heute, sind deshalb gläubig, weil Gott uns erwählt hat. So heißt es, er hat euch erwählt, durch das heiligende Wirken seines Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. Ich weiß nicht, ob du viel anfangen kannst mit dem Gedanken der Erwählung. Für manche Leute ist das etwas ganz Tolles, für manche ist das eher ein bisschen schwierig. Aber etwas, was ich immer wieder ganz wunderbar finde bei dem Gedanken und der Lehre von der Erwählung, ist die Tatsache, dass wenn du jetzt gläubig bist, dass ein ganz klarer Beweis dafür ist, dass Gott dich gewollt hat. Nicht nur, dass du lebst, sondern auch, dass du mit ihm verbunden bist, dass du zu ihm gehörst. Der Sinn dieser Erwählung bestand damals und heute einerseits ganz schlicht in der Errettung. Dazu bedurfte es neben der Erwählung auch des Glaubens, des Vertrauens an die Wahrheit, die Gott im Evangelium geoffenbart hat. Aber zum Zweiten gehört zur Erwählung auch das heiligende Wirken des Geistes Gottes. Und in diesem Prozess der Heiligung geht es einerseits darum, dass die Anziehungskraft der Welt abnimmt und dass es etwas anderes gibt, was stattdessen eine wachsende Anziehungskraft ausübt. Und das ist die Nähe unseres Herrn. Und so, in diesem Prozess, wird das Wesen unseres geliebten Herrn immer mehr in uns sichtbar. Es geht laut Vers 14 sogar noch einen Schritt weiter. Die Thessalonicher und auch wir, wir sind berufen, sogar an der Herrlichkeit Christi teilzuhaben. Ist das zu fassen, Freunde? Teilzuhaben an der Herrlichkeit Christi? Wir, du und ich, ist doch eigentlich gar nicht zu packen, oder? Eigentlich ist das zu viel, zu groß. Der Kern dieser Aussage bezieht sich natürlich auf das ewige Leben. Aber das ewige Leben, und das wissen wir ja hoffentlich alle, das fängt ja nicht erst nach unserem Tod an. Das hat schon jetzt begonnen, in dem Moment unserer Wiedergeburt. Also es gilt auch ein Stück weit für dieses Leben. Ich musste denken an ein Wort in dem Psalm, in dem Psalm 16, Vers 3, wo es heißt, an den Herrlichen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich wohlgefallen. Das sind die Gläubigen, von denen der Herr das sagt. Also ein Bruder, eine Schwester, die ein an Christus hingegebenes Leben lebt, ist einfach was Herrliches. Und ich hoffe, ihr könnt das von ganzem Herzen auch so sagen. Das ist einfach wunderbar. Jetzt könnte man sagen, das klingt alles gar zu schön. Und vielleicht sogar so, dass du denkst, ich weiß nicht, die Realität, in der ich lebe, die schaut vielleicht ein bisschen anders aus. So herrlich und so toll ist das alles vielleicht nicht. Aber vergessen wir nicht, diese Berufung, von der Paulus hier spricht, die vollzieht sich nicht im Jenseits. Die vollzieht sich nicht im Himmel, sondern sie vollzieht sich in dieser Welt. Und es ist die Welt so, wie sie ist, mit all ihren Brüchen, mit all ihren Schwierigkeiten, mit all ihrer Not. Eine Welt voller Bedrängnis, voller Angst, voller Schmerz, voller Unterdrückung und in Zeiten wie diesen, muss man sagen, voller Ungewissheit. Inmitten dieser Welt vollzieht sich diese Berufung. Vers 15 spricht da hinein. Daher, liebe Geschwister, bleibt standhaft und haltet an den Lehren fest, die wir an euch weitergegeben und in denen wir euch unterrichtet haben, sei es mündlich oder brieflich. Also die ganz klare Aufforderung, standhaft zu sein. Wenn man das ganz wörtlich übersetzen würde, könnte man auch sagen, steht fest, haltet fest. Zweifel und Ängste sollen abgelegt werden und ersetzt durch ein festes Vertrauen in die apostolische Lehre und Unterweisung. Wir leben ja bekanntlich in verrückten Zeiten und es wird zurzeit ja unglaublich viel in den sozialen Medien herumgeschickt. Es wird gepostet, es werden Videos und Podcasts und was weiß ich was alles verteilt mit irgendwelchen Enthüllungen und Offenbarungen. Und ich möchte euch sagen, glaubt nicht jedem. Glaubt nicht jedem, der im Namen des Herrn auftritt und angeblich etwas vom Herrn empfangen hat. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Alles, was Paulus und seine Mitarbeiter in mündlicher oder schriftlicher Form an die Thessalonicher weitergegeben haben, soll bewahrt und außer Streit gestellt werden. Liebe Geschwister, ich denke, diese Ermahnung ist zeitlos. Die war immer angebracht. Sie war damals angebracht. Sie ist heute angebracht. Das ist immer ein Thema. Unsere heutige Zeit ist ja voll von Relativierungen der biblischen Lehre. Und ich möchte gerade die Gelegenheit nutzen, um einmal mehr klar auszusprechen. Die Bibel ist von der ersten bis zur letzten Seite Gottes Wort. Sie enthält nicht nur Gottes Wort, sondern sie ist es. Ohne Abstriche in allem, worüber sie Aussagen macht. Und wir sind aufgefordert, uns von diesem Wort kritisieren, infrage stellen und herausfordern zu lassen. Und nicht unsererseits die Bibel für das zu kritisieren, was uns unangenehm oder schwer verständlich ist. Das heißt nicht, dass wir nicht mit einzelnen Aussagen oder Stellen auch mal ein Problem haben können. Natürlich. Wir sind ja nur Menschen. Aber es ist immer noch etwas, ob ich mich unter das Wort stelle oder ob ich über dem Wort stehe. Ob sich das Wort sozusagen vor meinem Verstand zu rechtfertigen hat. Oder ob das in die andere Richtung geht. Und vielleicht ist es auch gerade in dieser Zeit wichtig, das auszusprechen. Gerade die ethischen Prinzipien der Heiligen Schrift sind und bleiben verbindlich. Über alle Zeiten der Geschichte hinweg und auch über alle unterschiedlichen Kulturen hinweg. Zum Glück ist unser Abschnitt noch nicht fertig. Da kommt noch was. Das ist das Gebet. Das Gebet, das Paulus spricht. Wir bitten unseren Herrn Jesus Christus und Gott, unseren Vater, der uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade eine nie versiegende Ermutigung und eine sichere Hoffnung geschenkt hat, euch in eurem Innersten zu ermutigen und euch die nötige Kraft für jede gute Tat und jedes gute Wort zu geben. Liebe Freunde, das, was sich innerlich ändern muss bei uns, ist vom Wirken des Heiligen Geistes primär abhängig. Und deshalb ist es eine Sache vor allem des Gebets. Und das ist auch der Grund, warum Paulus hier an dieser Stelle auch ein Gebet formuliert. Er spricht zuerst von der Vaterschaft Gottes und erinnert an die erwiesene Liebe. Es tut uns allen gut, vielleicht auch in diesen Zeiten, wo mancher Verzicht von uns gefordert ist. Es tut uns allen gut, darüber nachzudenken, wo und wie Gott seine Liebe zu uns gezeigt hat. Und ich möchte dir einen ganz praktischen Rat geben. Wenn du darüber nachdenkst, und das solltest du wirklich tun, dann schreib das auf. Schreib das auf, was dir in den Sinn kommt. Und danke deinem Herrn gleich dafür. Gott schenkt seinen Kindern, wie wir gelesen haben, eine nie versiegende oder wörtlich übersetzt eine ewige Ermutigung. Ist das nicht wunderbar? Brauchst du keine Ermutigung? Also ich kann sie ab und zu schon gebrauchen. Gott gibt eine ewige Ermutigung. Er gibt uns eine gute oder sichere Hoffnung. Wir müssen immer bedenken, dass Paulus all das, was er jetzt schreibt, auf dem Hintergrund von Verfolgung schreibt, von Bedrückung schreibt. Und wann bräuchte man Ermutigung mehr als in solchen Zeiten? Dauerhafte, begründete Ermutigung. Nicht so eine schulterklopfende Ermutigung wird schon wieder. Sondern eine Ermutigung, die wirklich Substanz hat. Und ebenso eine Hoffnung. Eine Hoffnung, die sicher ist und die nicht enttäuscht. Und wenn es um den Prozess der inneren Veränderung geht, dann ist es auch eine große Hilfe, wenn Jesus uns ermutigt, wenn er uns Trost gibt und Hoffnung zuspricht. Und zwar natürlich gerade dann, wenn es Rückschläge gibt. Und davor ist ja auch niemand gefeilt. Auch wenn wir vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs sind, ist es nicht so, dass der Weg immer nur bergauf geht, sondern ab und zu gibt es dann auch mal eine kleine Unterbrechung. Und vor allem natürlich plagt uns dann unser eigenes Versagen. Wenn wir uns, wie ich das auch von mir kenne, manchmal sagen müssen, wie blöd kann man eigentlich sein? Man weiß das doch eigentlich. Und trotzdem passiert manchmal etwas, wo man sich hinterher fragt, wie konnte das geschehen? Die sichere Hoffnung hat ihren Anker in dem, was Gott gesagt und versprochen hat. Es ist eine Hoffnung voller Freude. Und sie führt nicht in die Enttäuschung, so wie es menschliche Hoffnung leider manchmal tut. Die biblische Hoffnung ist auch nichts Vages, Ungewisses, sondern wirklich etwas Festes, auf das man bauen kann. Die Ermutigung unseres inneren Menschen muss von Gott kommen, wenn sie etwas ausrichten soll. Ganz am Schluss im letzten Vers, im Vers 17, gibt es die Zusage, dass Gott Kraft gibt. Betest du manchmal, dass Gott dir Kraft gibt? Ich glaube, das ist für viele von uns ein ganz häufiges Gebetsanliegen. Er gibt Kraft. Verlass dich drauf und dank ihm dafür. In unserem Text heißt es, die nötige Kraft für jede gute Tat und jedes gute Wort. Das klingt sehr absolut und wirft auch so manche Fragen auf. Gemeint ist, er gibt Kraft für alle Taten und alle Worte, die Gott durch uns wirklich getan haben will. Das ist nicht immer alles das, was wir tun wollen. Das ist nicht alles, was uns vor die Füße gelegt wird und alles, was wir so denken, das wäre vielleicht ganz gut. Ich denke, für manche von uns ist das eine gute Erinnerung. Nicht jede Not, der du begegnest, ist ein Auftrag Gottes an dich. Wenn du das glaubst, dann wundert es mich nicht, dass du vielleicht öfter die Erfahrung hast, am Limit zu sein oder auch jenseits deines Limits. Ja, so viel von diesem Text her. Ich möchte am Schluss noch zusammenfassen. Gott hat dich erwählt zu einem Zweck, gerettet zu sein, verändert zu werden und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. In der Welt, in der wir leben, mit all ihren Herausforderungen, heißt das Motto, sei standhaft und halte fest, was Gott dir gegeben hat. Gott wirkt durch den Heiligen Geist in dir. Er ermutigt dich, er tröstet dich und er gibt dir eine feste und beständige Hoffnung. Damit kann man leben. 2021 und immer. Amen.